ja freunde einfach weiter ich habe nachdem erst mal einen kleinen cut gemacht weil ich die faxen dicke hatte und ja ob das war abgespeichert pause gemacht ich musste mich nach dem letzten speicherpunkt ein paar meter vorlaufen und mich noch mal mit diesem day davon anlegen sollte man nachladen ja vielleicht klappt das ja irgendwie ich weiß es nicht jetzt mal wieder wieder bis nach vorne und was einzusammeln weil da was nicht das ist gut weiter nicht will das nicht riskieren ich hasse diese ziehe immer nachladen hier so vier geht nur okay kriege ich das denn hier rüber dafür gehe ich erstmal zurück ich lasse mir das hier liegen dann kann man das ja gebraucht warte mal ich versuche jetzt mal was ich weiß gar nicht wie das ich stelle mir mal auf vielleicht bringt das ja was keine ahnung ich weiß es nicht ob mir das ding weiter hilft oder so was so ja geht doch was ist denn hier wo kommt die denn alle weg nachladen 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 weiter zurück ich dachte der kam gerade war irgendwo was nachladen Back up! so jetzt aber feiern da kommt also ganz aber wir haben es geschafft ihr kann ich die hänner alter soll immer alles einsamilieren aber noch 14 8 90 da gibt hier doch dann nehmen wir erstmal die kurze knackig so wollen wir uns mal eine ganze scheiß einsamen aber erst mal erst mal gute heilung machen alter dankeschön wenn wir gleich mal nachladen hier so ein bisschen geld wieder munition sehr schön sehr geil sehr fett ja den haben wir doch noch nicht gebraucht geil und für diese knarre da kann ich das nicht irgendwie wieder mitnehmen ja geil wenn ich das nicht brauche kann ich das wieder bitte ich gehe ja keine mutter okay lass du doch kommen hier rein hier hast du start das stase ich da aufladen kann dann lasse ich das da liegen heute ist noch kaputt fliege sachen raus naja okay ich wollte eigentlich ein bisschen nicht da oben haben warte mal ja das ding scheint durch die decke durch das ist ja am back aber das sehe ich hier in der ecke wenigstens was das hat ja auch mal was da müssen wir wieder was bitte warte mal da ist was wo wir ein knödli energieknoten erhalten und da können wir keinen einsatz meine türen konnten wir doch einen energieknoten einsetzen um strahler ok gut dann machen wir das erstmal ja ja so haben wir dann auch dreimal so ist aber jetzt funktioniert jetzt achte auf so funktioniert jetzt ok ja ich pass schon auf aber ich bin unterwegs zur zentrifuge seien sie vorsichtig wenn sie online ist da ist jetzt dampf da sieht man nix nur ein kleiner raum da kommen wir alle drei alter schweig alter schweig oh cool achso wir wollten ja erstmal nachladen ja ich denke mal vier das war es dann auch aber da ist auch noch was geil was habe ich da jetzt eingesammelt nix so zehn damals sieben von das ist halbleiter diamant ok was auch mal hier energiekanone was haben wir da den tonator energiekanone das können wir ja wieder verkaufen wir haben fünfmal stars oder werden wir noch ein bisschen mit hingekommen 25 ja wir sind ganz schön dran der halbe halter scheißen dreck da sind wir dann noch mehr so ungeziefer viel zu tun kriegen dann sehe ich aber schwarz für den lieben eise was ist hier hallo aufmachen stars ich kriege mal stars was soll ich damit machen das macht mir ganz kurios hier das maschinendeck wurde noch nicht vollständig gesäubert und dekontaminiert verarschen zu mir jetzt ich krieg gänsehaut gerade scheiße ey da ist speichern da ist ein da ein shop ok jetzt haben wir sechse guck mal gucken wir uns hier erstmal um und sammeln wir erstmal ein wa ja scheiße ich mach auf und ist nix drin ey willst du mich arschen oder was ey aha ne geht nicht rein ist mir zu warm soviel strahler überlegt klebewand rum ey aber interessant so was war jetzt hier aufzug müssen wir hier hin oder was jo tatsächlich so dann haben wir erstmal zum speichern und dann geben wir erstmal den shop rein und den halbleiter verkaufen so erstmal schluck bier trinken ey kurs wir haben 23.000 wird sich da uns kostet der blöde anzug aber ich glaube nicht dass wir zusammen kriegen oder was hier noch mal raus hier aber jetzt bin ich mit da da wollte ich doch rein genau und das e 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 reagierst du mal gerade das gefühl gab so herrlich gehen wir da 40.000 sollen wir uns den holen auswählen mal gucken was das jetzt für ein anzug ist immer gespannt wie der aus der siehe dann holen wir uns noch ein bisschen munition oder war es das auch schon wieder kostet ja 24 ist ja so teuer in dem spiel da verbindet man viel zu wenig dafür so jetzt kommt dieses geile nicht von oben wieder runter aha sieht ja aus sieht ja ziemlich verrostet aus hätte so einen alten rostigen look ja guck mal auf die uhr wie spät das ist ja das ding der blaue der sagt er hat mir der andere anzug aber besser gefallen wir brauchen munition alter wir brauchen munition so ist aber noch 65 der christen wird man ein für das koste 18 da hätten sie mir auch mal ja machst du nix man kriegt nichts okay alles klar dann gehen wir raus raus es gäbe ja wohl dann kann man nachladen hier so da haben wir jetzt sieben mehr ging da glaube ich nicht 8 21 9 12 ii guck mal drauf da haben wir jetzt zwölfe von neun jahr 75 wir haben nette energieknoten aber ein aber der ballen war 65 kritis so da gehen wir uns jetzt erst mal speichern ob das denn die jetzt erst mal speichern 9 9 10 10 so dann gehen wir da hin saugut alter saugut so jetzt gehen wir da hinten rein wo wir hin müssen aber ja gut hier kann auch nicht mehr viel sein das ist ja alles da bin ich doch gekommen hier bin ich rein genau ach so ja jetzt habe ich mich selbst verarschen könnte weg und gehen da bin ich rein hier hier muss ich sagen jetzt auch so ja mach mal audiolog dr heidi ladford analyse des organischen materials es gibt diverse schockierende befunde bezüglich des schleimigen materials das auf der gesamten ishimura gefunden wurde aha das ist menschliche dls zweitens und weitaus beunruhigender der einzige schluss den wir daraus ziehen können ist der dass die gesamte ishimura crew infiziert und rekonstruiert wurde und dann nach der zerstörung des markers von rg7 zu einem super artigen dls schleim wurde nicht mal gerade bisschen schräg angeordnet das ding so flinkern das licht er flunkern das licht warnung kaputtes glas mir gefällt das nicht als wenn ihr gleich die luci abgeht zu spinde da kriegt man nix das sieht mir gerade so gefährlich aus so wieder eine spinn 1 1 2 1 halb geld ich nehme lieber die aber ich weiß ach ne das war schon ein ventilator oder sowas guck mal die konnten alle nicht sauber machen die wurde alle beim sauber machen gehäckselt hier ach guck mal geil warte mal ne alle rot ok ok da liegen komm mal auf ach 800 geld man dann danger da steht danger am fenster könnt ihr das lesen warte da so was da danger so dann wollen wir mal wollen wir mal ne impulsgewehr ne das brauchen wir das lassen wir mal so ja da habe ich das sieht so aus plasma cutter das sieht so aus kapazitätsschaden machen wir auch rg treffer stasen modul da können kommen da können wir mal einen reinsetzen das haben wir noch gar keinen so machen wir mal dauer dann ist das ein bisschen mehr so das war das gehen wir raus bin fertig hier so dankeschön aber rumwuchseln hier ko dann das